Das ist meine Familie. Ich habe eine große Familie. Das sind meine Großeltern. Meine Oma heißt Mathilde und mein Opa heißt Stefan. Beide sind 66 Jahre alt und pensioniert. Das ist meine Mutter. Sie heißt Sandra und ist 38 Jahre alt. Ich finde meine Mutter sehr hübsch. Sie ist schlank, sie hat grüne Augen und blonde Haare. Sie ist vom Beruf Apothekerin. Das ist mein Vater. Sein Name ist Wolfgang. Er ist 40 Jahre alt. Er ist auch schlank. Seine Augen sind blau. Seine Haare sind dunkelbraun und glatt. Mein Vater ist Arzt vom Beruf. Das sind meine Geschwister. Sie heißen Petra, Peter und Stefanie. Stefanie ist 13 Jahre alt. Sie ist eine Schülerin. Sie geht in die 6. Klasse. Sie hat auch blonde Haare und ihre Nase ist klein. Petra und Peter sind 6 Jahre alt. Sie sind Zwillinge. Sie gehen in den Kindergarten. Das ist meine Familie. Und ich? Ich heiße Sandra.